Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Guard 3. So, ich habe, ähm, ja, Requests gemacht und zwar von, ja, die ersten zwei Requests, die, also die ersten drei Requests, die ich bekommen habe und dann noch, äh, der Seaside, äh, Payday. Darum habe ich jetzt so viel Geld, weil ich dort einiges umgebracht habe. Also, äh, ja, ich habe, äh, irgendwie 4000 Gold mal 4 von dem her. So, äh, ich würde mal sagen, wir starten gleich wieder den Branch C, Vers 2. Ja, ich denke mal, wir starten. Äh, die Items habt ihr natürlich schon gekauft, äh, als Sicherheit. Okay, wir sind wieder im Lagerfeuer. Mit der lustigen Bongo-Musik. Was ist das? Oh, wirklich? Hey, Mikael, du bist mehr als ein großer Baby, jetzt, als immer, huh? Es gibt keine Bedürfnisse, Dito. Am ich zurück zu sein, dass ich nicht mehr nutzlos bin? Nichts überhaupt. Du musst nur resten. Bleh, du machst mich hier überraschst. Einemte Sympathie, wie das, einfach macht die Leute zu fühlen, wörter. Ich war vorhin zu sterben, aber hat jemand Angst, Dito? Nein. Was ist das denn in Mutt? NOOOOO! Okay. Okay, das kann man ein bisschen perverse sein. Meine Gedanken sind anderswo. Dieses Mal habe ich das Gefühl, dass Mikhail gekürzt wurde. Du denkst, eine Kürze ist für seine Devolution zuständig? Ach stimmt! Jetzt wo er es sagt... ...der ist ja wieder normal! Sonneva! Wer ist der Kürze zuständig? Na, lass mich denken. Hm. Hm. Oh, ich weiß nicht, vielleicht den Entoner, den wir versuchen zu töten? 2. Ich werde sie zu töten. Ist das nie aufgefallen vorhin? Oh. Äh. Jetzt, jetzt. Auch ich nehme mir einen Geheimdiener von schweizlichen Versuchen von Zeit zu Zeit. Miau, miau. Miau, miau. Oh, ja. Faszinierend. Ich glaube, dass ich mit Lady 2 schon mal in der Vergangenheit war. Schon wieder 2? Ja. Ich habe eine Art von Regen mit ihr. Wie ein Servant. Oder vielleicht ein Butler. Oder ein Disziplin vielleicht? Oh, ja? Ich denke, du kannst du irgendwie... ... vielleicht sagen das. Wo ist Lady 2 jetzt? Wie auf der Erde weiß ich was? Ich habe sie in den Ruinen des Herzen. Aber... Oh, mein Gott. Das war Jahre nach Jahre. Warum hast du sie verlassen? Eh, du weißt. Jeder Bär muss aus der Iniquität zu soren. Und... Dinge. Ich verstehe nicht die Hälfte, die du sagst. Ich habe den Namen Lady 2 in ziemlich ein paar Zeit. Okay. Habe ich das richtig verstanden? Er ist von 2 gegangen? Hat er irgendwas gesagt? Äh, keine Ahnung. Zero, ich bin entschuldig. Ich bin wirklich entschuldig. quit apologizing if you feel bad about it just get better okay I want to be better zero better and stronger I really do I hate being weak like this I just want to protect you zero I really really hate this go to sleep brisee the next mission that is also cool she said to me go to sleep a little bit and then it's time to go we must find lady to as soon as we can you stay here and rest so what is there for you to apologize for you know now that you mention it trivia time did you know apologies were once known as the false gold of sinners yeah yeah just shut up would you come on zero let's get out here and the land of sands underground dreams and oh mein gott im ladebildschirm ja der war ungefähr 15 sekunden 20 er so hat und ja es war es war schlimm die bongo musik war immer noch da es hat mich angesteckt kenne ich mir savan haben magier eine bessere rüstung als die soldaten selber das geht irgendwie nicht auf oder kommt was man kann ja runterfallen ich bin da vorhin schon nicht runtergefallen warum nicht jetzt runtergefallen also diese verfickten scheiß burgenschützen alter die kann wie mein das reicht mir völlig aus jetzt noch was die mehr lebenspunkte haben als diese scheiß schwertkämpfer ich muss wieder anfangen zu markieren sonst geht das nicht auch mit dem scheiß wo bist du du sau warum falle ich jedes mal orte runter man das ist nicht so weit ricken gar zu genau noch x tausend andere spiele dass auch das passiert ich bin da nein ich bin da nein ich bin da nein ich laufe natürlich wieder voll in die magie rein und warum kannst du nicht runterfallen das ist doch die totale verarschung hier man er kann natürlich fliegen und fällt nicht runter darum geht er jedes mal wieder hier an den scheiß abgrund damit ich wieder runterfalle wie blöd oh Gott hey das ist ja die totale verarschung hier ey das war ja wieder typisch der gegner kann nicht runterfallen aber pass auf du kannst es nur komm her und halt die schnauze man das nervt mich jetzt oh Gott meine nerven sind wieder mal oben bei 100 so scheiß münzen oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott you gonna be okay z what's that supposed to mean nothing it's just I know how you feel about these types of situations I'm fine here we go again hmm this may not be the wisest course of action relax I got this please oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott Ach, das ist auch normal. Jetzt kommen nur scheiß schwarze Schwänze, ey. Wie sind es? Vier. Vier schwarze Schwänze auf einmal. Okay. Ich hoffe mal, ich kann hier ein bisschen was anrichten im Entendermodus. Ich bringe nicht mal einen, Dawn. Ich bringe nicht mehr, wenn du die Menschen schläfst. Ja, ach, Mann. Na, scheiß Bogenschützen auch noch? Komm her! Mann, 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 Mann. Okay. Aha. Drei Leben noch. Ja, ich kann es wieder mit dem Stress-Poblity-Check. Oh, Gott. Oh, Gott. Is it's us? So, noch ein bisschen in den Toner-Modus, um noch ein bisschen Krawall zu machen. Nein, schon wieder raus. Nein, nein. Jetzt kommt der andere Effekt los und rappt mich mal wieder mit seinem scheiße Bauch runter. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich konzentriere mich einfach ein bisschen zu viel, dass ich nicht mal quatschen kann. Oder ich labere einfach nur Mist, obwohl ich eigentlich immer nur Mist erzähle von dem her. Macht das nicht mehr gerade so viel aus. Wie komme ich jetzt da hoch? Da war doch überall zu, oder? Äh, okay. What the fuck? Jetzt bin ich mir nicht sicher, wie viele Kisten ich schon eingesammelt habe. Ich hoffe jetzt mal zwei. Ich hoffe jetzt mal, ich habe zwei Kisten. Ansonsten werde ich mal wieder ausrasten. Äh, ach so. Schon gedacht, äh, ging die nicht gerade auf. Nee. Da ist die untere. Ich hoffe jetzt mal, liebe... Ach, schön. Komm schon. Lieber Game Designer, wenn du hier hinten eine Kiste platzierst, dann mach doch, dass du auch da nach hinten kommst. Ach Gott. Ähm. Ich glaube, mit dem kann ich es holen, oder? Genau. Das ist ja jetzt echt bescheuert gewesen. Das ist schon das dritte Mal, dass sowas passiert. Und das darf einfach nicht sein. Das... Nee, das darf einfach nicht sein. Das ist doch einfach bescheuert. Was haben wir hier? Ah, wie der Scheiß mal hier. Ich wollte nicht, wenn du sie getroffen hast. Hauptschad. Eine weniger. Ist noch einer? Okay, jetzt sind das solche... Spaß, die ist hier. Die meinen, sie wären stark, aber... Ja, sie wollen einfach nur das Spiel ein bisschen... ...herauszögern. Na, was haben wir da? Ah, da hauen sie schon wieder voll rein, ey. Komm her. Komm her. Warum ging das nicht? Das war jetzt so eine schöne Kombo. Sterb. Oh Gott. Oh Gott. Alter, schau... Alter, schau... Alter, schau... Jetzt lebt er immer noch. Ich hoffe jetzt immer noch, dass ich noch... Da war ich... Da war ich... Da ist eine Plattform. Was ich dann irgendwie zu der Plattform war... Ich denke schon. Aber hier komme ich doch nicht hoch. Ach so. Moment mal. Jetzt muss ich mal schauen. Die Plattform geht drunter. Okay, dann muss ich von dort aus... ...nach oben. Gehe ich mal runter. Und... ...versuche natürlich diese Skelette außer... ...gefecht zu... Oh mein Gott. Warum... ...treffe ich den nicht? Oh... Oh... Nein. Oh Gott. Ach man. Zurück. Das ist noch einer, oder? So. Nein, geh die Schraub. Nein. Oh. Sonst hätte ich wieder warten können. Mach kaputt. Mach kaputt. Okay. Da ist nichts. Ah, da oben ist... ...noch eine Kiste. Ich habe Angst, wenn ich da reingehe. Oh, bitte nicht. Was kommt? Oh, nee. Lady 2 ist mein Penis, oder was? Er hat gesagt. Sie hat gesagt. Of course, who am I to talk? Look at you guys. These foes are quite stubborn. We must hurry. I wish I could burn this room. Everyone. The moment of judgment is here. Always so evulsive. Still, I understand. You must be worried for your dragon. I am no such thing. So, ich glaube, ich habe jetzt so viel Schaden rausgeholt, wie ich nur konnte. Und das war dementsprechend auch sehr viel Schaden, den ich in Mentorna-Modus gemacht habe. Und das gefällt mir. Jetzt muss ich nur noch irgendwie auf die andere Seite kommen. Ach so. Okay, dieses... Dieses Gebiet muss neu sein. Das habe ich doch noch nie gemacht. Ich hoffe jetzt mal, die letzte, bitte. Sei die letzte Kiste. Bitte habe ich keine verpasst. Da ist noch ein Schild, da komme ich nicht durch. Da ist nichts. Nee, die hat mich ja noch nie kaputt machen können, also lass ich es aber mal sein. Nee, Moment, das muss doch gehen, oder? Weil, da hat es doch einen Weg drum. Ach, vergiss es. Bitte, bitte sei. Bitte, bitte drei. Bitte treib Kisten, bitte, bitte. Oh, ansonsten kann ich das Ganze noch mal machen. Ich will das nicht. Und... Boah, so viele Explosionen. Okay, man braucht auch einiges noch. Oh, bitte, 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 bitte. Bitte. Ach, ich glaube, ich habe alle. Oh Gott. White Base? Alter, welche viele gibt es denn da noch? Uh, das kam letztes Mal auch noch. Ein Symbol der Loyalität von mir zu dir, meine Frau. May unsere mutuelle Erdienung für alle Zeit, und dann noch ein paar. Danke, und jetzt kommt noch das Cent, genau. Ja, vielleicht fühle mich jetzt, mich zu bedanken. Ich meine, ich habe mich ziemlich hilfreich. Ist kein Dess, I am beautiful. Schöne Trophäe. Äh, noch eine neue Request. Ja, von denen habe ich jetzt auch schon eine Menge auf der Seite. Aber, ja, ich lasse die jetzt einfach mal so bleiben, wie sie sind. Okay. Gibt es da noch mehr? Wir haben Bronze, wir haben Silver, wir haben Gold, wir haben Weiße. Wir haben neue Waffen zu kaufen. Diese hier, oder? Ich glaube, die sind neu. Ja, auf jeden Fall. Ja, ihr seht, man braucht extrem viel Geld, um diese blöden Waffen zu kaufen. Aber, ja, für das sind ja die Requests dann auch nur hier. Und die Chefin echt viel Kohle rein. Wenn man den Payday natürlich macht. Okay, Leute. Ich will mal... Moment, ich kann meine Watt hier noch kaufen. Ich will mal sagen, das war es schon mal wieder. Diesen Part. Und im nächsten Part werden wir dann der Vers 3 anschauen. Und, ja, mal schauen, ob wir... Also, ich habe es gesagt, wir gehen jetzt nach Cathedral City. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob... Ja, ob wir jetzt wirklich nach Cathedral City kommen. Im Vers 3. Keine Ahnung. Oh, das sehen wir ja dann. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Bei Drinking Guard 3. Ciao, Leute.